Macht euch bereit für 10 heftige Aufnahmen von Überwachungskameras. Mit dabei sind unter anderem ein unfassbarer Glückspilz, der Beginn einer schlimmen Katastrophe oder der Beweis dafür, dass man Feuer nie unbeaufsichtigt lassen darf. Es wird überraschend, angsteinflößend und explosiv. Also bleibt dran. Wir starten direkt mit einer mehr als verstörenden Aufnahme, die eine Überwachungskamera in einer Wohnung in den USA machte. Der Amerikaner Joe Cummings wunderte sich im Jahr 2009, dass immer wieder Essen aus seinem Kühlschrank verschwand und verdächtigte damals, seiner Freundin die Täterin zu sein. Weil diese aber vehement abstritt, dass sie sich heimlich an Joes Essen bediente, installierte dieser schließlich eine Überwachungskamera in seinem Apartment in Manhattan. Was diese dann allerdings einfing, ließ Joe das Blut in seinen Adern gefrieren. Zwei Stunden, nachdem der Amerikaner schlafen gegangen war, öffnete sich nämlich plötzlich ein Lüftungsschacht in der Wohnung und eine unheimliche Frau kletterte hinaus. Die Einbrecherin schlich langsam und leise durch die Küche und bediente sich nicht nur ausgiebig am Kühlschrank, sondern setzte sich auch noch gemütlich an den Tisch. Als Joe mitten in der Nacht einmal in den Raum kam, versteckte sie sich schnell und so sah er erst am nächsten Morgen, dass er nachts nicht alleine in seinem Apartment war. Die nächste Überwachungskameraaufnahme zeigt hingegen ein wirkungsvolles Mittel gegen solche ungebetenen Gäste. Vor zwei Jahren befand sich eine ältere Frau mit ihren Hunden alleine zu Hause, als mitten am helllichten Tag plötzlich ganz selbstverständlich ein Mann durch die Wohnungszimmertür spazierte. Der Mann begrüßte sogar den Familienhund, eine dänische Dogge, ganz freundlich und alles wirkte normal. Tatsächlich war es das aber nicht, denn der Mann war kein Freund der Frau, sondern ein Einbrecher. Obwohl der Hund ihn zunächst freundlich inspizierte, schaltete die 60 Kilo schwere Dogge jedoch blitzartig in den Verteidigungsmodus, als die Hausbesitzerin den Raum betrat und dem Tier klarmachte, dass der Mann dort nichts zu suchen hatte. Die Dogge attackierte den Mann und trieb ihn so in die Flucht. Als die Polizei den Einbrecher anschließend schnappte, stellte sich heraus, dass er ein verurteilter Schwerstkrimineller war, der wohl auch schon von Waffengebrauch gemacht hatte. Auf eine völlig andere Art heftig ist unsere nächste Aufnahme, die eine Überwachungskamera vor einigen Jahren in Florida machte. Der Dorfbewohner Ron McNeil ging während eines Unwetters gerade mit seinem Regenschirm spazieren, als das Unglaubliche passierte. Tatsächlich wurde der Mann nämlich urplötzlich von einem Blitz getroffen und lief danach einfach weiter. Wie durch ein Wunder blieb er völlig unverletzt und konnte anschließend mit seinem Roller davonfahren. Gerüchten zur Folge soll ein Abo bei Wissenswert übrigens auch Glück bringen. Also probiert es doch einfach mal aus. Ebenfalls mit den Naturgewalten zu tun, hatte auch die nächste erschreckende Überwachungskamera-Aufnahme, die in Wenzel im US-Bundesstaat Missouri gemacht wurde. Was ihr hier gerade seht, ist das Innere einer Kita. Auch wenn auf den ersten Blick alles friedlich aussieht, täuscht dieser Eindruck. In Wenzel hat es nämlich so heftig geregnet, dass sich das Wasser vor dem Gebäude bis über die Hälfte der Fensterhöhe aufstaute. Und so kam es schließlich, wie es kommen musste. Und von einer Sekunde auf die andere brach die Metalltür auf, die den Wassermassen bis dahin noch Einhalt geboten hatte. Und der gesamte Raum wurde innerhalb weniger Augenblicke geflutet. Tische, Sofas und Spielzeuge wurden dabei herumgeschleudert, als würden sie nichts wiegen. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sich zu diesem Zeitpunkt Kinder im Raum aufgehalten hätten. Kommen wir von Wasser zu Feuer. Und zwar keinem gemütlichen Lagerfeuer, sondern dieser heftigen Aufnahme, die beweist, wie gefährlich und unberechenbar dieses Element sein kann. Diese Überwachungskameraaufnahme zeugte nämlich den Ausbruch eines Wohnungsbrandes und wie wichtig es ist, schnell zu reagieren. Alles fing mit einer kleinen Kerze an der linken Seite des Raumes an. Und nach und nach griff das Feuer immer weiter über. Währenddessen sitzt ein alter Mann seelenruhig auf seinem Sessel und beobachtet die immer größer werdenden Flammen. Ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert, bleibt der Mann einfach sitzen, bis dann plötzlich seine Tochter in den Raum kommt. Ah! 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 Feuer! 911! Feuer! Komm her, Lori! Oh mein Gott! Das Unglaubliche ist, nicht mal fünf Sekunden nach der blitzschnellen Reaktion seiner Tochter ist der gesamte Raum mit Rauch gefüllt und der alte Mann hätte so nur noch schwer gerettet werden können. Kommen wir nun von einem großen Schreck zu einem sehr bizarren Moment. Und zwar zu dieser Aufnahme einer Frau, die gerade mit ihrem Hund in der Stadt spazieren geht. Als sie sich gerade beugt, um sein Geschäft zu entfernen, geht der Hund unbemerkt an eine Coca-Cola-Werbefahne und verhakt sich leider darin. Total verstört von der riesigen Flagge an ihm, beginnt er plötzlich wie wild rumzurennen und auch seine Besitzerin folgt ihm auf die Straße. Nachdem er mehrmals die Straßenseite wechselt, konnte seine Besitzerin ihn schließlich wieder einfangen. Weiter geht's in einem Wohngebiet in New York City, wo dieser mysteriöse Mann von einer Türklingelkamera gefilmt wurde. Anfangs wirkt er noch wie ein gewöhnlicher Besucher, der klingelt und ins Haus will. Doch bei näherem Hinsehen ist auf dem Material klar zu erkennen, dass der Fremde eine Waffe in seiner Hosentasche hat, die ein Stückchen herausragt. Zum Glück lässt ihn aber niemand rein und der Mann wartet einige Minuten vor der Tür, bevor er schließlich frustriert das Grundstück verlässt. Weiter geht's mit dieser unerklärlichen Aufnahme aus einem Krankenhaus in China. Es ist mitten in der Nacht und nur ein einziger Patient liegt einsam in seinem Bett auf dem Krankenhausflur. Plötzlich scheint jedoch irgendetwas aus der Person heraus zu schweben. Hat hier tatsächlich gerade eine Überwachungskamera eingefangen, wie eine Seele ihren Körper verlässt? Fakt ist jedenfalls, dass der Patient von den Angestellten des Krankenhauses zu Schichtbeginn am Morgen tot aufgefunden wurde. Noch verrückter ist aber diese Aufnahme, in der ein Arzt ganz offen in einer Praxis mit seiner Krankenschwester flirtet. Doch nicht nur das, die beiden gehen sogar noch einen Schritt weiter und küssen sich schließlich sogar auf dem Tisch. Auch wenn das Video schon häufig auf YouTube verbreitet wurde und viele dachten, dass es sich wirklich um einen echten Arzt handelte, stellte sich später heraus, dass es sich bei den beiden nur um ein Paar handelt, die diese Aufnahme für ein Erwachsenenportal machten. Zu 100% echt ist hingegen wieder unser nächstes Video, das eine Überwachungskamera vor drei Jahren im Bundesstaat Colorado einfing. Da es in Colorado viele Bären gibt, kommt es dort auch häufiger vor, dass die Tiere Müllcontainer aufbrechen, um so um an weggeworfenes Essen zu kommen. Was dieser Schwarzbär allerdings auf dem Parkplatz hinter einem Marihuana-Geschäft machte, ist mehr als ungewöhnlich. Das Raubtier brach nämlich nicht nur eine Pforte mit mehreren Schlössern auf, um an den Müllcontainer zu gelangen, sondern wollte sein Essen offenbar auch to go bestellen. Und so schnappte sich der Bär gleich den kompletten Container und schob ihn durch das Tor davon. Die Angestellten des Marihuana-Geschäfts fanden die Beute des Tieres am nächsten Morgen schließlich 50 Meter entfernt. Ob der Bär wirklich nur Hunger hatte oder vielleicht auch Interesse an den Marihuana-Resten ist nicht bekannt. Ganz zum Schluss möchten wir euch noch eine heftige Aufnahme einer Sicherheitskamera aus London zeigen. An einem Abend im Jahr 2019 befand sich ein Ehepaar gerade in ihrem Garten, als die Überwachungskamera auf der Terrasse plötzlich einen grellen Lichtblitz und einen lauten Knall einfing. Das Paar schreit in Panik und im Hintergrund ist ein Ball aus Feuer und Rauch zu sehen. Wie sich später herausstellte, hat die Terrassenkamera hier eine der heftigsten Gasexplosionen eingefangen, die es jemals in London gab. Insgesamt wurden bei der Explosion, die durch eine defekte Gasleitung nach einem Autounfall verursacht wurde, zehn Häuser, zahlreiche Autos und einen großen Teil der Straße zerstört. Wie durch ein Wunder wurde jedoch niemand dabei verletzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seht euch auch unbedingt mal unser Video über zehn heftige Tankstellen-Momente an, die vor laufender Kamera passierten. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut! Ruh und Ruh bis Jahrh